Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Halo Combat Devolver. Dieses Mal spiele ich wieder an Klaus. Ich sitze hier genau neben ihn. Ok, ich würd dann sagen, legen wir einfach mal los, oder? Ich bin hier weiter. Also, du hast auch ein wenig weiter. Hier kommt gerade Gegner, genau unsichtbarer, auch noch rechts, sie sind nicht sichtbarer. Sie sind so mies. Sie sind wirklich so doof und man, ich würd sie nicht sehen, lol. Sie stehen fast neben mir und sie denken, ich würde sie nicht sehen. Da sieht man ja selbst solche unsichtbaren Typen. Ja gut, manchmal bisschen schlecht, aber... Ja, soll ich? Nein! Den brauchst du nicht. Kannst du rüber laufen, was hier drin ist. Siehst du? Ja, komm ich halt mal zurück, wenn ich mir lebe. Wer hat deine Granate gespürt? Oh mein Gott! Ja, lauf jetzt nicht! Wie kann ich Granaten werfen? Wie kann ich sie werfen? Reis, das solltest du schon besser gemacht. Was machst du denn? Nein! Nein! Das ist so! Oh, der hat Style! Der hat Style! Der hat Style Maha! Das ist so! Du willst was? Du willst was? Rage Mode Feicher! Ich baue, ich habe aber die ganze... Und die wollen sich gegenseitig umbringen? Null! Oh, aber wie hoch der springen kann, das ist zu geil! Ja, dem glaube ich auch ein spezieller Anzug vielleicht hat's... Ich bin mir nicht sicher! Der hatte ja fast glaube ich im Hate... Ah, hat der... Hat der Hauptcharakter in jedem Hate... Nein, da war ich glaube schon im letzten... Ah! Ja, warum sind wir denn jetzt hier? Also... Was? Warum waren denn da jetzt Gegner? Der ist ja für nichts gewesen, wenn ein Gegner da war! Nein, da war ich glaube ich schon... Ich zieh mal nach links! Geh mal da unten! Links, links, links! Ja, hier! Das links! Dort hattest du das letzte Mal 91 Bautings, aber das habe ich ja schon genommen! Okay, aber was sind denn sonst? Jetzt musst du dann... Geradeaus jetzt hier glaube ich dann rechts... So wiederziehen! Ja! Wenn die Gegner sind, ist es sicher richtig... Wow! Schlimm! Das wird losig! Bam! Yeah! Das ist der Echt! Der war gut! Nee, das war eine Granate! Ich bin nicht wieder wegen so einer Doku-Granate! Warte, warte! Meine Lieblingswaffe! Ja, die ist wirklich gut! Und noch eine Sniper! Boah! Also ich... Ich wünsche mir einfach, dass es viel mehr Munition für die Sniper gibt! Die ist nämlich noch recht gut, die Sniper! Bisschen schwierig auszumischen! Wow! Und so höher! Gott! Boah! Wie ist denn auseinandergefetzt? Was hat der Sniper denn auseinander? BANG! Oh, ich... Oh, ich... Das gefällt euch bestimmt auch, wenn es die Gegner im Summen-Game so richtig schlimm auseinanderfetzt! Was ist denn? Ja, das macht doch jeder! Oh nein! Oh nein! Das sind zwei schon Tote, aber... Sind bestimmt nicht alles Tote! Oh, das sind schlimm! Oh, da sind diese mit der... Klinge, was auch immer! Und unsichtbar! Wo diese mit der Klinge? Oh, ja... Oh, ja... Oh! Oh, der war nie! Oh, ne, du bist nicht gestorben, du musst diesen Mann beschützen! Ja, super! Ich hab's gar nicht gewusst! Ja, so, jetzt hab ich vergessen! Du musst dich beschützen, du... Ich muss eben so... So einen... ...und dann einen speziellen Ort mit dem... ...und dann einen speziellen Ort mit dem... ...und dann einen speziellen Ort mit dem... ...und dann mit dem... ...und dann neuesten Ort mit dem Darm... ...und dann ist es schon gut zum Teil! Es geht einfach lange, bis sie gehen wollen! Und dann... Soll ich die immer wieder... Ja, nein, nein, nein... ...und dann... ... ich find sie jeden Wochen besser... ... uns ja nicht mehr so gut zu tun... ... ich bin jetzt trotzdem auf den Wert jetzt hier... Schuhe, die frei nix herum wie Mädchen... Das ist der Krieg! Das haben also nicht Angst! Kann man hier durch oder will? Ja, Captain, da ist es Kapitän! Ja, Captain... Und wie sind wir jetzt durch? Ah, wir müssen manchmal noch warten, bis sie die Tür aufmacht. Oh, wo kommen sie? Oh, wo kommen sie? Checkpoint. Links, 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 links. Bess, nein, die Gäste. Bess, links. Ist hier nichts? Ich würde mich immer umschauen, dass es nicht plötzlich... Oh, die Gene von hinten angreifen. Wow. Okay, auf, 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 auf. Sparta! Kanade! Kanade! Wuiiii! Die normalen Kanate für mich ist nicht so nützlich. Das hauen die Gegner immer wieder an. Beim Plasma, da muss sie sich fast treffen, dass sie nicht abholen. Ja, ich habe sie mal wieder auf Plasma geweckt. Die sind meistens nicht sehr viel. Ja, die haben die ganze Zeit abgefunden. Das nervt. Ja, du wolltest bestimmt doch selbst seine Kanate zurück. Ja, du... Links. Ja, du... Wow, da ist... So, rechts rechts. An dieses Ding rechts. Ich sage rechts rechts rechts. Ja, genau hier. Raku. Was steht da? Hier. So, mein Standort. Siehst du? Ja, lol. Ich bin weggegangen. Hat er plötzlich... Das war auch... Oh... Ja, tut mir leid. Oh, Mami. Fein, heul, leul. Nein, ich bin keine Hose. Oh, nein. Da kommt jetzt wieder Blasier ins Raufschilder. Zum Glück habe ich die Knarre aufgeladen. Oh, nein. Puh. Zum Glück habe ich auf die Plasma-Granaten gewächstes. Da würde ich aber die Sniper nehmen und in den Raufschilder holen. Wie sind die denn? Puh. Puh. Dummheit. Was sind wir da drin? Nein. Ja, wer war denn das dort drin? Ach doch, wir waren dort drin! Ach, wir sind jetzt in der Unbestimmung. Gibt es eigentlich noch einen Leuchtpatch, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich will nicht in der Raufschilder. Ja. Wo ist man in der Raufschilder? Ja. Eben wegen Deutsch falsch. Das gibt es wahrscheinlich schon. Ich habe noch einen Mandate Play auf Deutsch gesehen. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe den Raufschilder gesucht. Es ist... Ja, ein Raufschilder. Wenn ich einfach nur das Lächel rausgehe, wenn ich hier in der Raufschilder bin. Ich sehe, jetzt muss ich so eine Kakaopfer haben. Wer hat gesagt, dass ich diese Scheiß-Waffe... Dann noch eine kleine, hallo? Aber die ist noch gut, die ist recht gut. Ich würde den mal ein bisschen brauchen. Ja, ich habe nicht mal mehr Plasma-Kanal hat. Wie dumm sind die Kinder kannst du... Kann sogar anbisieren mit dieser... ...bis immer lang... Weg. Nein, München. Sag ich auch noch mehr recht. Oh, fu, aus gesehen. Ja, es ist ein... Bei fast jeden Baller Games. Und das mein... Wenn man bei Rechtsklick anbisiert... Dann irgendwo anders kann man... ...wird jetzt eben noch nichts. Fühlt sich eigentlich auch noch... immer schön auf die Gäme ziehen. Ich habe schon einen Traschen-Kampagne gelassen. Aber jetzt muss ich hier einfach ins Gefecht machen. Ein bisschen Action. Action! Und du links einfach am Strand und genießt es. Genau, ich genieße die Sonne. Endlich endlich wieder zwei Plasma-Granaten. Halleluja. Warte, ich wechsle kurz Waffen. Okay. Ich würde sagen, dann wäre es wirklich besser. Welche... Soll ich die behalten, oder nicht? Ich kann nicht... Nein, nein, die Scheiße. Ich mag die nicht. Auch wenn die jetzt sagt, nein, die andere ist viel besser. Tut mir leid, dort habe ich komm mit der viel besser klar. Jo. Bäm! Ich habe in diesem Driving hatte das dann selber so Nö um den Berg rum, hediont! Hhhhh! Hediont! Hediont! Äh big hediont! AckereUND! Aber warum dafür müssen wir unsere alten Waffen abgeben? Ist es du! holeshem costume! du weinst Treatyhai 어떻게 kämpft oder töten Duster sehen also nicht! Auwun. hier bekommt die Amt Hohenl 1 Danke was soll an die Schnarre gehen Nein 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 jetzt hör aufschieb was ist denn die Waffen eben das nein jetzt nicht mehr ich dachte die Waffenwesen dazu ich bin ein bisschen zu sagen Nein der Gana hat schon leben und zu wollen denn das aussehen wenn du kannst du nicht schießt war war überfahren war er hat den doch abgebilden die war schön gedreht gedreht und da hat er nur noch die Wagen Achtung Granate was? was? gern verbreitet und es geht schon nicht Achtung Granate gut nichts kassiert wow fuhr zum Glück in diese diese Autos hier nicht kaputt also sehr gefährlich also wo soll ich hinfahren ich denke in der Falle ich weiß nicht Banner doch traurig auch selber schuld selber schuld ich bin ja Basis ich bin böser Leica Boss Party Rock 2 angefangen das war geil das fand ich gerade geil wo Töten und Zerstören warte ist das und ich glaube ich nicht geht das ist ein Schild glaube ich das Schild steig mal raus ja Schild ah jetzt kann ich so rumfahren und bin geschützt soll ich noch oben gehen soll ich oben auch hin gehen ich keine Ahnung wo du hin musst ich glaube hier geht's schon ok Leute also ich würde sagen beenden wir mal den Parkball wow 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 ich mach noch kurz die fertig ist es doof wenn wir mitten in einem Gefecht auf mal zum Leben vor 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 aber ich soll schlafen ich steig schon sonst aus ich beende das auf die Kulacht da war und dem die so jetzt noch warte noch einer und jetzt müssen wir aber aber wenn also ich so meine ich habe noch kurz hier die dinge auf die ja es ist jetzt so war so und tschüss älteren